Und, wir kümmern uns aber erst mal um den Leuchtturm. Äh, wir machen wirklich erst den Leuchtturm. Momentan kann ich mich an den Questmangel nicht beschweren. Neues Buch entdeckt. Unsere Berufung, unsere Schwur, ja, wir lesen wir die GEMA. Stopp-Taste. Da ist was zum Pflücken auf der rechten Seite, das ignoriere ich jetzt mal. Ach ja. Wenn ich schon mal hier bin. Tschüss, Hottie. Und, nehmen. Verbrennt die Zelte der Sklavenhändler. Ist das ein Zelt der Sklavenhändler? Brenn rum. Ach, das war ja näher rum. Hilfe! Es brennt! Fass es aus! Komische Sklavenhändler, die haben den Ort unter Kontrolle hausen, aber nicht in den Grösern, sondern in Zelten. Ich höre an, nun. Quest. Verbrennt die gestohlenen Waren an den Docks. Und da oder. tai, 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 tai. Der kommt mir glaube ich gerade gelegen. Mach das mal, ich heil dich inzwischen. Gut, auch ein Recruit. Danke, Mann, das kann gerade gelegen. Ich bin direkt hinter dir. Gut, gut. Läuft er wie geschmiert. Steht magiaka schlüssel? Ich denke, ich spare mir jetzt einen Blick auf die Karte. Das schallt eigentlich nicht aus, als wollte ich bloß da rein. Mach hat sein und klar, dass der nicht in einem Zelte liegt. Dunkel der Himmel von allen Rot schwingen. Feuer stummbrot her, den Tod wollte er bringen. Heiß nur die Schlacht. Und rot flosst das Blut. Wie geht es jetzt weiter? Ich komme gerade noch drauf. Das kenne ich schon. Tja. So ein Pech. Es ist ein bisschen ärderlich, muss ich sagen. So ein Pech. Deskee! So einen Feuch! So ein Pech. So einen Pech. Es ist ein Pech. Guck mal! Und wo ist das? Seid gegrüßt. Darauf kann ich nicht mehr in den Tee. Also lecker ist er ja so, wie ich mir den zusammen mische mit dem Weihnachtsaroma. Kehr zu Elvira zurück. War das jetzt so einfach? Ähm, keine Höhlenkarte. Ich musste da lang. Aber ich glaube ich warte da jetzt einen Moment bis wieder irgendwelche Spieler mir den... Genau, genau darauf. Dafür gibt es auch Heilung. Das hat gerade seltsam ausgeschaut. So, Mene. Deine Mannschaft ist befreit. Jetzt sag mal an. Oh. Sprechen mit dem Groen Garsch. Es war... Es war Majatka. Er sah, wie ich flüchten wollte. Ich dachte, er hätte mich. Aber dann ging Elvira dazwischen. Dieses Mädchen hat Mumm. Aber sie ist kein Gegner für Majatka. Er hat sie zum Strand geschleift. Ihr müsst ihr helfen. Was ist mit euch? Ach. Er hat mich erwischt. Aber nicht allzu schlimm. Ich muss mich nur kurz sammeln. Ich komme schon zurecht. Geht Elvira hinterher. Ich könnte nicht damit leben, wenn dieses Monster Majatka sie tötet. Kann ich mir vorstellen. Und tschüss. bist du an crafting dir. Vom Anschluss. Du kannst mich auch sch soldierseln. Opa. Du kannst nicht weg. Work mir theres zusammen betont sein. 0Da I think you should always have to walben. Wir können nicht genau wegschauen. Guck freeze die Size Wir haben bestimmt dasselbe vor wie ich. Du wakin, du wakin, nalo zinlos laden. Na dein Woko, na feira kostwal. Das ist Majaach. Nein, 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 nein. Ich wollte eigentlich warten, bis Spieler kommen. Aber das kann ich jetzt nicht vergessen. So, deine Stiefel gehören mir auf der Heide. Hallo? Ich sag dir, dass das ein Spaß wird. Verschwinden wir, los! Äh. Warnst, moarnst. Oh ja, lass uns hinter dem Baum versteckt spielen. Sinnvolle Idee. Fast war es nicht so lustig, wie ich gedacht hatte. Danke, dass ihr mir gefolgt seid. Ich würde euch nicht einfach so zurücklassen. Wie dem auch sei. Ich schulde euch was. Das war doch mal was, oder? Das Feuer, die kopflos umherrennenden Sklavenhändler. Alle von unseren Jungs sind frei. Ein ziemliches Abenteuer, würde ich sagen. Hoffentlich sehe ich euch bald wieder, meine Freundin. Mhm. Tolle Belohnung eigentlich. Schade, dass ich keine Schwerter brauchen kann. So, eine Quest noch, schätze ich mal. Und wir haben ein Level A. Was ist denn das? Ist das Rohstoff? Feineisenerz. Ah, ich denke, es ist Feineisen. Die Lizardriff hat ja immer so gut, dass ich nicht Communications sende. Gut, gut. Ist bestimmt mehr wert als Eisen. Ähm. Kart 6. Da schwimm ich jetzt rüber. Ich glaube, das ist weniger gefährlich als der Landweg. Ja. Wir lagen vor Marder das Paar und hatten die Pest an Bunt, in den Kesseln erfaulte das Wässer, täglich ging einer über Bunt. Oh Gott, das hatte ich mal vor 30 Jahren irgendwann in einem Musikunterricht gelernt. Komisch, dass das Lied noch da ist. Ich schätze einfach, dass unser Ausbildungssystem zu der Zeit noch was gedacht hat. Der Turm entdeckt? Welcher Turm? Welcher Turm? Der Turm. Was bist denn du? Eigentlich hätte ich mich gerne vorher informiert, was du bist, aber wenn das der Turmstein ist, habe ich jetzt mehr Verteidigung, oder? Wie kriege ich denn das raus? Der Turm. Maximal Stamina Increased. Maximal Ausdauer erhöht. Ausdauer? Naja. Das sage ich auf jeden Fall nicht nein, weil Ausdauerlevel ist ja nett. Das kommt eigentlich fast gelegen. So ist das über 40 Jahre alt. Dann ist das so ein typischer Ort. Bei dir könnte ich mal wieder Bogenschießen üben. Ich sagte Bogenschießen. Wahrscheinlich geht es nicht in die Hose. Warte wechseln. Warte. ok das war erfolgreich was haben wir denn da die stamina kosten brauche ich jetzt nicht aber ich werde es mal nicht leicht fertig davonhauen vielleicht erkenne ich den nutzen darf man nicht weil ich normalerweise keine ausdauer sondern magiker was ist das feindeisenerz 1 alles meines ok irgendwie würde es mich nicht wundern wenn es hier in der gegend so eine himmelsscherbe gäbe aber ich sehe hier weit und gerade keine lichtscherbe ja